Böse Zungen behaupten, es sind Frauenherzen gebrochen in den letzten Wochen. Was für ein 8-Pack haben wir gelernt. Jetzt gucken wir mal, was er heute hier abliefert. Giovanni Ertel. Ich habe tatsächlich auch hier in den Produktionsstudios häufiger gehört, boah, sieht der super aus. Und sollten sie noch kein HD haben, das wäre ein Grund, sich HD zuzulegen. Und das liegt ja nicht nur an den Muckis, das ist einfach eine Erscheinung der Typ. Und auch noch nett. Personal Trainer, also wer in München wohnt, kann man buchen, den Mann. Schwingflügel geschafft und jetzt ab an die Himmelsleiter. Ja, geht bis dahin auch souverän durch. Boah, den Schwung direkt mitgenommen. Das ist so souverän, was die hier alle machen am heutigen Abend. Das ist so souverän, was die hier alle machen am heutigen Abend. Die Himmelsleiter hoch, dann rüber ans erste Steuerrad. Und der läuft da durch. Top-Rhythmus. So, jetzt hat er auch die lange Stange da oben in die Fassung gebracht. Übergang. Jetzt ist ja nochmal das Problem, das jetzt zu halten. Die Landung. Ja, da kann immer was passieren. Boah, greift ganz breit. Ja. Was Sinn macht. Ja, ja. Dann zieht sich nicht nach unten raus. Auch da jetzt in die Fassung einrasten. Dann rüber an die lange Stange. Dann muss man nochmal Griffkraft aufbringen. Die hat er offensichtlich noch. Durch den Hüftknick. In Schwingen kommen rüber an die nächste Stange. Und dann ist das Schlimmste überstanden. Die können es kaum glauben hier. Was am heutigen Abend los ist. Also da ist auch noch ordentlich Zeit auf der Uhr. Das wird in keinstem Fall knapp. In keinem Fall knapp. Ah, das ist eine Demonstration auch von ihm hier. Bestzeit. Mega. Mega. Yeah. Oh, come on. Get after it. Light dance fire. Yeah. Get after it. Light dance fire. Yeah. Yeah. Untertitelung des ZDF, 2020